Okay Leute, mir ist gerade Open Broadcaster abgeschmiert. Äh, aus dem Grund hat er nämlich gemeint, ich streame und hat deswegen gesagt, ja. Wir bringen deswegen mal deine FPS zum Droppen. Lot, das ist ein toller Scherzchen. Ich bin hellauf begeistert. Nicht. Okay, das ist ja theoretisch, äh, ich weiß nicht, ob ich aufgenommen hab. Ich befürchte aber nein. Das ist ja verdammt kacke. Pussy mode. Oh, das ist ja verdammt kacke. Das ist mir ziemlich egal. Oh, cool. Immer in einer Ersatzhose. Cool. Okay. Macht mir grad null Schaden. Okay, jetzt bin ich irgendwie grad ein bisschen blend. Oh. Ich sollte langsam mal aufpassen. Obwohl, wenn er mich so kämpft, dann hab ich ihn eigentlich. Da ist er down. Aber dann doch plötzlich mal gut kritisch. Hab ich vor T4 vor uns zwei. Jo, kann ich schon mal da lassen. Für den Fall des Nachherreden. Naja. Oh, cool. Das ist ein bisschen so ne goldene Feder. Auch nicht schlecht. Weil definitiv wichtig. Okay, ich kann schon mal wieder ein paar Sachen mitnehmen. Nehmen, voll toll, jetzt müssen wir hier wieder fette Essenzen sammeln. Es ist beim Longbow irgendwie schon egal gewesen. Bitte sehr freund. So, dann ziehen wir uns das mal wieder auf den, äh. Cool. Okay. Wenn ihr seid, ist es eigentlich nicht so schwierig gegen euch. Okay. Ja gut, danach geht es erstmal. Okay. 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 nicht das solche Rucksack ist immer ganz toll Leder und Pfeile nicht schlecht gehen da wo man hier auf dieses türkische da nice es regnet auch noch so schön spinnen sorry my friends hier ich wollte ich hier wirklich wollte ich erst die Kiste bieten wenn es euch passt ein monster hier unten schleiften da falsch was natürlich das mit der jetzt schon wieder voll ist gut um das schluss das ist das oder das ist das ist das ist die 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 ja auch mal auf jeden Fall mit und nicht ich kann da waren überhaupt das war das ist das 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 Nice Nice Das war cool Ja Nervt alle, passt schon Oh Gott, jetzt gehts langsam an die Crapsachen Schrauben 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 muss bei mir immer mit versucht am besten nicht es zu hinterfragen es ist kein wirklich fest hintergrund aber ich liebe wohl rasen keine ahnung ich feier es einfach wenn man diese noch um jetzt hier schon drin oder noch mehr immer oh monster diese regnet doch einmal wieder Da hat es schon die ganze Zeit geregnet und jetzt höre ich es erst wieder oder was ist hier los? Habe ich den Ofen dabei? Ja, den Ofen habe ich dabei. Es heißt... Viele! Ich glaube, ich bin an der untersten Etage, oder? Ich höre auch den Regen wieder. Okay, und jetzt hier in diese Küste kommt a la crap rein, den ich nicht brauche. Ui, der ganze Mist hier. Dann kommt jetzt in diesen Rucksack alles rein, was ich gebrauchen kann. Und Rollrasen. Rollrasen kann man so nicht gebrauchen, aber es ist immer geil welchen zu haben. Und dass ich kein Boot mitgenommen habe, nervt mich jetzt ein bisschen. Weil es aber überhaupt keine Anstalten gibt, dass hier irgendwann mal Land kommt. immer noch eine Slime-Insel. Und ein großes Piraten-Schiff. Immer noch eine Slime-Insel. Klassik. Klassik. Möch. Und jetzt ist der Astrid-Insel. Und jetzt ist der Astrid-Insel. Und jetzt ist der Astrid-Insel. mal vergessen dass ich ein Boot bei mir habe jetzt echt cool ich weiß aber ob die Äpfel wie nix es ist halt es ist mehr oder weniger nix alles macht nichts auszunehmen der Mannheim hoffler daher e-koll ist ab Okay. 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 Macht mir doch mal so viel Schaden, Leute. Ich muss die eingeschlagen. Okay. Die absolut dümmste Aktion mal wieder. So. Okay. Okay. Erstmal die ganzen dummen Essenzen hier reinhauen. Mhm, 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 mhm. Dann weiter rumrennen und mehr Sachen sammeln. Und die dann wieder in den Rucksack reinhauen. Und die dann wieder in den Rucksack reinhauen. Okay. Keine Penner. Das ist noch Eisen. Zürgen erstmal die Kisten hier. Bahnen wir noch nicht. Fackeln. Wir haben die Sachen. Alu. Gold. Keine Ahnung, fürchtes Brauch. Ein Hexicales. Yes. A-Pfeile. Ähm. Ein Revolver. Oh. Vor allem Risiko, aber das ist doch einfach geil sowas. Ich, ich liebe einfach das Risiko. Äh. Und hasse mich dafür, dass ich das Risiko liebe, wenn ich gestorben bin. Meistens ist es halt so, dass mir das Risiko es einfach wert ist. Okay. Äh. Andererseits habe ich jetzt langsam aber sicher das Problem, dass meine Sachen kaputt gehen. Das heißt, die Schuhe gehen schon langsam aus dem Leim. Kai du. Wo ist eigentlich dein Käpt'n? Ist der Käpt'n da oben? Ja da ist er. Hi. Aber jetzt muss man das ause, ich liebe es wei mal auf dem JahtSON und den Loojä.